Ja, und in Berlin begrüße ich jetzt den Kollegen Thomas Seibert vom Tagesspiegel, einer der drei betroffenen Journalisten. Guten Tag in die Hauptstadt. Hallo. Herr Seibert, wir haben ja gerade in dem Bericht gehört, es gab keine Begründung für die Verweigerung der Akkreditierung. Haben Sie denn irgendeine Vermutung, was die Behörden dazu veranlasst haben könnte? Ich glaube, hier sollte ein Exempel statuiert werden. Man hat sich Medien herausgegriffen, die sehr gut sichtbar sind. Das ZDF natürlich und auch der Tagesspiegel als große Hauptstadtzeitung wurden da herausgenommen. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Zusammenhang mit der journalistischen Arbeit von Herrn Brase oder von mir oder von Herrn Gülbejas beim NDR gegeben hat. Wie lange waren Sie jetzt in der Türkei als Korrespondent tätig? Ich bin seit 1997 ununterbrochen in der Türkei akkreditiert gewesen. Es gab in den ersten Jahren, eigentlich in den ersten anderthalb Jahrzehnten meiner Tätigkeit dort nie Probleme mit der Neuakkreditierung. Die jährliche Ausgabe der Pressekarten an die ausländischen Journalisten in der Türkei war mehr eine Formsache. Und dass es sich so verschlimmern kann, die Lage, das hätte wohl niemand vorausgesehen. Wenn Sie jetzt von Exempel sprechen, in eine ähnliche Richtung geht ja der Kommentar vieler Kollegen und auch von Politikern. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht als Aktion gegen Deutschland zu werten oder wie hat man das zu verstehen? Ich glaube, das muss man einbetten in einen allgemeinen Trend in der türkischen Regierung, in der Weltsicht der türkischen Regierung. Man hört immer wieder von entscheidenden türkischen Politikern, dass die Türkei sich wehren müsse gegen unfaire Angriffe aus dem Westen. Diese Aktion gegen die Korrespondenten ist Teil einer so empfundenen von den Politikern in Ankara so empfundenen Gegenreaktion. Es ist also aus türkischer Sicht eine defensive Reaktion auf mutmaßliche Aktionen des Westens, die sich gegen die Türkei richten angeblich. Diese Weltsicht muss man natürlich nicht akzeptieren, aber man sollte sie zumindest verstehen, um dann auch das Verhalten der türkischen Regierung verstehen zu können. Was erwarten Sie denn jetzt, Sie ganz persönlich auch, von der Bundesregierung? Sollte sie sich stärker, engagierter für Sie einsetzen? Wir haben ja den Außenminister gerade schon gehört. Er hat mit seinem Amtskollegen telefoniert, aber offenbar nichts erreicht. Erwarten Sie da mehr von der Bundesregierung? Ich glaube, die Bundesregierung hat schon einiges getan in den vergangenen Wochen hinter den Kulissen. Was ich jetzt erwarte, ist, dass dieser Druck fortgesetzt wird und möglicherweise auch mehr in der Öffentlichkeit fortgesetzt wird. Ich glaube auch nicht nach den Äußerungen von Herrn Maas und von anderen Politiken in den letzten Tagen, dass diese Erwartung ganz vergeblich ist. Ich glaube schon, dass die Bundesregierung sich hier eindeutig positioniert hat und ich denke, das wird in den nächsten Tagen auch weitergehen. Jetzt stehen Sie ja, Gottlob, als Korrespondent unter dem Schutz der Bundesregierung, wenn Sie im Ausland arbeiten. Ganz anders sieht ja die Situation vieler türkischer Journalisten dort in dem Land aus. Was weiß man über das Schicksal der Journalisten, die dort noch in den Gefängnissen sitzen? Beziehungsweise wie ist denn überhaupt die Arbeitsatmosphäre für die türkische Presse? Das ist richtig. Was uns passiert ist, ist im Grunde genommen der Luxus. Wir konnten uns ins Flugzeug setzen und nach Berlin kommen. Viele türkische Kollegen sitzen im Gefängnis oder sie haben ihre Arbeit verloren, weil ihre Zeitungen oder ihre Fernsehkanäle geschlossen wurden. Die Situation der türkischen Kollegen ist sehr, sehr schwierig und das darf man nicht vergessen bei aller Diskussion über das, was uns jetzt passiert ist. Ja, man darf die türkischen Kollegen dort nicht vergessen. Thomas Seibert war das vom Tagesspiegel. Vielen Dank dafür und einen schönen Tag noch in die Hauptstadt. Gerne. Vielen Dank.